Guten Tag, wir sind hier im Europäischen Parlament. Es ist die Woche, in der wir den Sacharow-Preis verleihen. Und wir als Grüne sind sehr froh, dass unsere Idee sich durchgesetzt hat, dieses Jahr den Sacharow-Preis Raif Badawi zu geben. Raif Badawi ist ein Menschenrechtsaktivist aus Saudi-Arabien, der dort einsetzt, der sehr harsch bestraft wurde mit Gefängnisstrafe und mit öffentlichen Auspeitschen. Der jetzt gerade im Hungerstreik ist. Und wir hoffen sehr, dass der Preis ihm hilft und auch, dass der Preis den Druck erhöht auf die Regierung von Saudi-Arabien, ihn bedingungslos und sofort freizulassen. Aber bevor ich weiterrede und noch mehr über Raif Badawi rede, möchte ich jetzt seiner Frau, Ensa Fhaider, das Wort geben. Sie macht eine weltweite Kampagne und setzt sich ein für die Freilassung von ihrem Ehemann. Aber darüber hinaus ist sie schon viele Jahre lang auch eine Menschenrechtsaktivistin in Saudi-Arabien. So, jetzt gebe ich das Wort zu Ensa Fhaider. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche mir ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch in der Geschichte, ein Mensch, ein Mensch. Ich wünsche mir von Europa-Berlamenten nicht auf diese Schrauben und sie überlegen, dass sie die Frage nicht auf diese Schrauben. Ich wünsche mir sehr, dass sie den Schrauben der Schrauben nicht auf diese Schrauben und ich habe diesen Schrauben. Ich hoffe, dass Raif mit mir ist. Ich bin mit Raif, nicht Raif mit mir, aber ich hoffe, dass die Freiheit sehr nahe und dass die Freiheit sehr nahe sind. Vielen Dank für die Europäische Parlamentarie, vielen Dank für alle Menschen mit uns, vielen Dank für alle Menschen mit Raif, vielen Dank.